Die 6 besten Fahrradrucksäcke für Frauen Ich bin absolut begeistert von diesem Rucksack. Er ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch wirklich durchdacht. Mit dem Laptopfach kann ich ihn auch für die Uni oder Arbeit nutzen und die Antidiebstahltasche beruhigt mich immer wenn ich unterwegs bin. Außerdem bietet er genug Platz für alles was ich brauche, sei es auf Reisen oder in der Freizeit. Die Verarbeitung ist qualitativ hochwertig und ich bin sicher, dass er mich noch lange begleiten wird. Ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen würde. Ich habe den Ela Mo Rucksack vor ein paar Wochen gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Das Design ist wunderschön, das Rose on Rocks Muster ist einfach fantastisch. Der Rucksack ist auch sehr funktional, es gibt ein spezielles Laptopfach, das sehr praktisch ist, wenn man unterwegs arbeitet. Außerdem gibt es eine Antidiebstahltasche, in der man wichtige Dinge wie ein Portemonnaie oder Handy sicher aufbewahren kann. Insgesamt hat der Rucksack genug Platz für alle meine Sachen, wenn ich unterwegs bin. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe mir den S-Pigot Fahrradrucksack in der Größe 20 Liter in der Farbe schwarz gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Rucksack ist sehr leicht und trotzdem stabil, was für längere Radtouren wichtig ist. Das Material ist wasserdicht, was bei Regen sehr praktisch ist. Besonders gut gefallen mir auch die vielen Fächer, in denen ich mein Zubehör wie Werkzeug und Handy unterbringen kann. Die Regenschutzkappe und die Helmabdeckung sind weitere praktische Features. Alles in allem ein super Fahrradrucksack, den ich nur empfehlen kann. Ich habe den Windchaser kleiner Fahrradrucksack Trinkrucksack wasserdicht Rucksäcke für Wandern, Klettern, Fahrradfahren, Laufsport und Campingsportrucksack ultraleicht Fahrradrucksack gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Rucksack ist sehr leicht und passt perfekt auf meinen Rücken. Außerdem ist er wasserdicht und hat genügend Platz für meine Sachen. Der Trinkrucksack sorgt dafür, dass ich immer genug Wasser dabei habe und die verschiedenen Taschen helfen mir, alles ordentlich zu organisieren. Egal ob ich wandere, klettere oder Fahrrad fahre, dieser Rucksack ist meine erste Wahl. Ich habe den Top-Track Fahrradrucksack 18 Liter getestet und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Der Rucksack ist ultraleicht und bietet genügend Platz für meine Utensilien auf längeren Fahrradtouren. Besonders praktisch finde ich den integrierten Regenschutz und die Helmabdeckung, so bleibt mein Equipment bei jedem Wetter trocken. Auch der Trinkrucksack ist eine tolle Ergänzung für unterwegs. Der Rucksack ist sehr bequem zu tragen und sitzt auch bei schnelleren Fahrten sicher auf dem Rücken. Insgesamt ein super Produkt für Fahrradliebhaber. Ich habe den G4 Free faltbarer leichter Rucksack 11 Liter 130 Gramm für meine Wandertour gekauft und ich bin absolut begeistert. Er ist super leicht und lässt sich klein zusammenfalten, wenn man ihn nicht braucht. Aber wenn man ihn braucht, bietet er genug Platz für alle wichtigen Dinge und ist sehr bequem zu tragen. Ich habe ihn auch beim Fahrradfahren benutzt und das hat problemlos funktioniert. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Tracking-Rucksack und würde ihn jedem empfehlen, der nach einem leichten und alltagstauglichen Rucksack sucht. Wir sehen uns im nächsten Video.